Das Nordmark-Sportfeld. Noch ist hier nicht wirklich was los, aber das ändert sich gleich. Denn auch in dieser Kieler Woche gibt es wieder das spektakuläre Nightglow und das schauen wir uns jetzt mal an. Was ist das Besondere am Nightglow? Das sind ganz viele. Das ist natürlich diese einmalige Stimmung, die geschaffen wird. So emotionaler Musik und die Leute sind immer super beeindruckt und erstaunt und haben eine tolle Stimmung dann. Und das genießen wir natürlich auch dann, dass wir die Leute so glücklich machen mit dem, was wir dann als unser Hobby betrachten. Wir müssen es ja heute leider ohne Höhlen machen, weil wir viel zu viel Wind haben. Deswegen werden wir also heute nur mit unseren Brennern die sechs Meter hohen Flammen in den Himmel lassen. Auch das ist natürlich sehr beeindruckend. Da nimmt man dann etwas stimmungsvollere, kräftigere Musik. Aber auch das wird sehr gut ankommen. Wir müssen auch ein bisschen helfen. Wir müssen auch ein bisschen helfen. Das ist jetzt viel Glück, dass die so geil aus mit dem Türk kommt. Super geil! Das war Night Glow 2013, um mich herum nur begeisterte Gesichter, das war wirklich eine tolle Show und auch ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr.